Willkommen zurück zu fortnite und es ist wieder donnerstag das bedeutet ihr wisst schon neue aufgaben und ich helfe euch bei einer aufgabe und zwar sammle kochbücher in blessen park und craggy cliffs wir fangen an in plessen park sollte jeder kennen brauche ich jetzt nicht auf der karte zeigen und dort könnt ihr kochbücher sammeln ihr braucht vier stück ich zeige euch alle locations hier in plessen park und auch alle locations in craggy cliffs wir fangen wie gesagt in plessen park an und zwar geht ihr einfach nur im plessen park ins erste haus hier rein einfach nur hier rein in die küche und dann werdet ihr hier schon das erste kochbuch finden ich blende euch hier irgendwo ein bild ein wurde es auch beweist so gehen wir mal zur nächsten location diese befindet sich nämlich im haus nebenan dort geht ihr ebenfalls rein geht in die küche und dann werdet ihr hier ein kochbuch finden dann habt ihr schon mal zwei von vier auch hier blende ich irgendwo ein bildchen ein was euch beweist dass hier auch ein kochbuch ist so wir gehen auch zur dritten location befindet sich ebenfalls hier im haus nebenan auch hier geht einfach rein geht in die küche und dann werdet ihr hier ebenfalls ein kochbuch finden auch hier irgendwo ein bildchen welches beweist dass hier auch ein kochbuch ist so wie geht es zur vierten location hier in plessen park und zwar ist es das haus hier in der mitte da oben also einfach geradeaus durch plessen park durch und dann das haus in der mitte da einfach rein oh pardon das war das falsche haus wir müssen in dieses backsteinhäuschen hier da müssen wir rein klar da geht es einfach rein in die küche und findet hier ein kochbuch auch hier irgendwo ein bild welches das beweist beweist so das waren jetzt alle vier locations hier in plessen park wir switchen jetzt zur location in craggy cliffs nun in craggy cliffs ihr seht hier fischrestaurant geht jetzt zu allererst in dieses häuschen hier hier in die küche und findet hier ein kochbuch auch hier ein bildchen welches das auch beweist wir gehen zur zweiten location und zwar ist es das haus hier nebenan ebenfalls hier in die küche rein und ihr werdet hier ein kochbuch finden auch hier blende ich ein bild ein als kleiner beweis wir gehen jetzt zur dritten location in plessen park und zwar gehen wir da in den kirchtürm hier rein also ne einfach in die küche da rein und werdet hier hinten am schlafsack ein kochbuch finden auch hier ein bild irgendwo als beweis so wie geht jetzt zur vierten und letzten location da müssen wir jetzt ein bisschen laufen hier durch cracky cliffs und zwar einfach nur hier runter diese fabrik hier rein oder was es ist macht euch das tor hier kaputt und ihr werdet hier ein kochbuch finden auch hier blende ich ein bild als beweis ein jetzt habt ihr in jeder stadt alle vier locations um kochbücher zu sammeln lasst das große kochen beginnen ich bin an der stelle raus hoffe ich hat das video gefallen wenn ja gerne ein däumchen nach oben wenn ihr euch hier seid gerne auch ein abon und wenn ihr mich supporten wollt dann werdet doch gerne kanalmitglied und oder gebt den creator kurs der level 3 1 im item shop ein und dann würde ich sagen macht's gut haut rein und ciao ciao